so und da sind wir wieder es wird dunkel mauerstücken haben wir gar nicht mehr kraften wir die mal kurz eigentlich könnte ich mal abziehen in zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf 13 14 15 das kriegen wir noch hin denn für die nächste zwischen muss ich schon wieder blöcke besorgen 15 nervt mich ein bisschen tatsächlich ich hoffe das war die richtige so wie wollte ich denn das hier machen hoch und zu ihm sieht wahrscheinlich am besten aus erstmal und ich glaube das wurde ich dann noch so rüber ziehen ich weiß jetzt tatsächlich noch nicht so wie ich damit hier weiter arbeiten soll ich finde es tatsächlich über hier noch dazu haben so machen wir sie weg okay ich brüchte vielleicht noch eine schippe machen wir mal zwei vor sich selber und das hühnchenzeug hatten wir hier auch nichts irgendwo hatte ich doch schon hühnchen oder nicht da wo soll denn das vieh sein diese kleine kleise kleise der mini zombie wo soll ich Leute sagen so dann kommt hier noch mal sehen sind bis und die eckeren und der hier kommt weg und hier wollte ich den sand mit sicherheit noch rausklauen gut ist der in der bude oder was ich sehe aber nichts dann könnte oh hier habe ich sie noch gar nicht weggemacht dann würde ich lieber wieder am rand hier noch etwas machen hat auch den vorteil dass wir ein paar blöcke wieder kriegen auch wenn es natürlich nicht die wild ist wer das jetzt so pokémon spielmann wer von oben und dann wenn ihr bestellt haben wir das ein kleiner gang wo ihr irgendwo noch ein item versteckt derzeit wahrscheinlich so gut dort müssen wir noch um tauschen leck mich fett wie komm ich denn jetzt hier wieder fuck klasse dann der stück weil ich auch nie löcher zu machen gibt es doch gar nicht okay und der knochel und der pfeil also den hat der sand für unten ich habe jetzt aber zumindest extra runter zu gucken gut hier müssen dann überall noch blöcke hin okay gut 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 dann würde ich eigentlich kann ich das mitnehmen hier dann doch lieber wieder Seelensand sitzen am Rand, zumindest hier bis zur Ecke und das könnte dann weg hier. Da habe ich ja auch noch so ein Ding. Ich glaube fast, dass das hier vom Lagerhaus noch ist, da wo die Treppe runter geht. Wenn dem so wäre, dann könnte man das ja noch verbreitern. Ich glaube es wird Nacht, ne? Also lieber mal ins Putschen. Soooo. Woop. So, schlaFC. Das war's für heute. Das ist doch mit Sicherheit das Ding, oder? Na klar. Das heißt, um das bündig zu haben, machen wir einen Spriter hier. Dann... Oh. Alter, diese Fliege. Oh, Alter, ich rastle dich aus. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. und hier wäre das gleiche spiel ist tatsächlich aber auch ein bisschen praktischer sie sind da so stimmt ja ja meine kraft machen Und ich überziehe schon wieder, da gibt es ja gar nicht. Folgende Pause, ich bedanke mich, bis denn her.